Hi Leute und willkommen beim kleinen Intermezzo. Und zwar gab es gleich mal die Frage, ob ich vielleicht einen Glitch zeigen kann. Und ich wollte eigentlich sowieso noch ein paar Glitches zeigen, aber ja, wenn gerade danach gefragt wird, kann ich eigentlich gleich einen zeigen. Dann habe ich gerade eben nachgeschaut und das ist eigentlich recht leicht. Man muss sich einige Dinge merken, aber an sich ist er echt leicht zu machen. Naja, was ihr tun müsst, ihr müsst euch Lake Hylia hier hinwarten und so. Und hier diese Melodie hier heulen. Um dieses Ballonzerstörspiel zu machen, was da jetzt gleich kommen wird. Man kann es hier abbrechen und dann kommt das Ding hier her. Sehr schön. Und jetzt sofort, wenn das Spiel startet, in die Wand rein. Komm. Nein, nein. Jetzt ist gut. Ja gut, es macht nichts, wenn man ein bisschen länger braucht. Nicht so schlimm. Okay, und dann dürfte man an einem anderen Ort rauskommen, nämlich hier an dem Steg. Ja, da wo man auch, glaube ich, rauskommt, wenn man... Na, nee, nee, das ist ein anderer Ort. Egal, bei dem Wasserfall halt. Ja, ja, ja. Oh, wie schwach. Bla, bla, bla. In Englisch nennen das lame. Nein, will noch nicht nochmal. Wir wollen nämlich jetzt folgendes tun. Wir möchten uns nämlich jetzt sofort zurück zum Mensch verwandeln. Äh, wir haben schon den Clawshot ausgerüstet. Den brauchen wir gleich. So, raus, Z gedrückt, äh, doch, Z gedrückt halten. So, und dann kann man nämlich schwimmen, während man hier sich bewegt. Dann müsste man hier irgendwo, komm, 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 hier irgendwo, habe ich gesagt, durch die Wand kommen. Genau. So, das braucht ein bisschen Übung, aber das geht eigentlich. Jetzt sind wir außerhalb der... Äh, mein kleiner Bruder. Okay, wir sind außerhalb der Map und können uns jetzt frei bewegen. Was wir hier tun wollen, ist sterben. Das heißt, wir schwimmen in eine Richtung und wir fallen einfach runter. Lame. Egal, wir sind wieder hier, diesmal als Mensch, wohlgemerkt. Und trotzdem fragt uns, ähm, der Vogel hier, ob wir nochmal, ähm, ja, diese Attraktion benutzen wollen. Wie schwach, bla bla bla. Und ja, wir wollen es tatsächlich nochmal benutzen. Nicht in Wolfsform, obwohl man eigentlich hier nur per Wolf hin kann. Und auch jetzt wollen wir sofort gegen die Wand rammen. Komm. Au. Aber diesmal, da wir nicht, Mensch, au, ich sollte nicht um diese Uhrzeit aufnehmen, ich werde die ganze Zeit unterbrochen. Egal, wir sind jetzt hier. Und zwar am Flussspiel an einer kleinen Abschnitte-Karte oder so, keine Ahnung. Es ist sehr cool, irgendwie hier zu sein. Wartet kurz. Ich will mal schauen, ob wir hier irgendwas sehen. Schüpp. Ah, wir sind, ja, wir sind in diesem Level, aber irgendwo außerhalb des Gebietes. Egal, was wir tun wollen, ist, ähm, Kamera Richtung hier und nach hinten springen. Und dann werden wir sterben. Super, und wir sind wieder direkt da. Ähm, an sich hat sich jetzt glaube ich nicht arg viel verändert, aber jetzt wollen wir uns in den Wolf verwandeln. Komischerweise war vorhin auch schon die Musik, also hätten wir vielleicht gar nicht sterben müssen. Jetzt müssen wir es irgendwie schaffen, in diesen Fluss da hinten zu springen, was gar nicht so leicht ist. Ach, geschafft, gut. Und dann wird alles schwarz. Und jetzt dürfen wir nichts mehr machen. Keinen Knopf drücken. Wir sind irgendwie sehr komisch geklitscht. Und schwimmen hier gerade die Wasserfahrt runter oder so. Und wie Link hier aussieht, wie der Wolf hier aussieht, ziemlich heftig. Das ist schon ziemlich gut geklitscht, ja. Die Zora sagt nur, gut gemacht. Und, ja, ein bisschen A drücken. Und dann sind wir wieder hier unten. Als ob wir gerade dieses, äh, Floss-Spiel gemacht haben. Mit null Punkten, natürlich. Tut mir wirklich leid, aber 25 Punkte hätte es einen Preis gegeben. Willst du noch einmal? Ja, wir wollen tatsächlich noch einmal. Vielen Dank. Denn, was jetzt ist, wir sind jetzt, äh, in diesem Haus. Nicht im Kanu. Ähm, bla 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 bla. Ja, ja. Und sofort können wir hier eigentlich rauswarten. Irgendwohin, wo wir wollen. Wir könnten jetzt rein. Ah, ich zeige es erst mal am besten. So, so. Super. Wir sind im Missing-Spiel und können uns rauswarten. Ich weiß gar nicht, was ich dazu eigentlich groß sagen soll. Das ist einfach nur genial, der, der Klitsch. Aber, ich habe noch gar nicht gesagt, was der Klitsch, glaube ich, tut. Oder, habe ich das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn wir uns jetzt zurück in den Mensch verwandeln, ich glaube, wir können auch einfach aus der Tür rausgehen. Egal, haben wir schon die Bombenpfeiler ausgerüstet. Aber, keinerlei Munitions-Counter. Genauso wenig, wie für Bomben oder Pfeile. Wir können hier alles beim Spammen. Wird nicht verbraucht. Ha, 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 ha. Bäm. Verbrauchen wir immer noch, genau. Zwar kein Munitions-Counter hier, aber den verbrauchen wir immer noch. Was wir aber tun können, wir können diese Bomben hier verkaufen und uns davon andere Bomben kaufen, die dann in denselben Bomben wegkommen. Bomben-Bombentasche. Ähm, dann haben wir auch von anderen Bombentypen unendlich. Ja, und viel Spaß damit. Ich glaube, das ist jetzt nicht so schwer auszuführen. Man kommt relativ gut durch die Wand, tatsächlich. Hätte ich jetzt eigentlich erst auch nicht gedacht. Yay. Egal. Yay. Ähm. Aber ich werde den Glitch hier nicht, äh, ausnutzen oder so für Ganon. Auch wenn man das tun könnte. Der Glitch bleibt so lange, bis man das Spiel neu startet oder ein, ähm, Boss besiegt. Glaub ich. Ein Tempel abschließt. Irgendwie sowas. Äh, was man auf keinen Fall tun sollte während dieses Glitches ist... Psch. Äh, doch speichern dürfte gehen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man wieder Latch. Aber es sollte eigentlich dann auch aufgehoben sein. Ich weiß es gerade nicht mehr. Äh, möchte ich jetzt auch ohnehin probieren, ehrlich gesagt. Ähm. Und was man auf keinen Fall tun sollte, ist einen neuen Bombenback einsammeln. Also falls man bisher nur ein oder zwei Bombenbacks hatte und sich jetzt einen neuen holen würde, wäre dieser weg. Und zwar komplett. Wenn man danach speichern würde, wäre es unmöglich, diesen wiederzubekommen. Das ist nicht so gut. Also man kann da Items verlieren bei diesem Glitch. Naja. Auf jeden Fall würde ich sagen, ja. Aber es war doch schon mal ein ganz guter Glitch für den Anfang. Hat uns jetzt ein bisschen länger gedauert, aber ich wurde auch ein paar Mal unterbrochen. Das hat mich jetzt irgendwie durcheinander gebracht. Na gut. Ähm. Ich würde sagen, ich resette die Konsole mal. Dann dürfte es sowieso da sein, wo ich sein wollte. So. Ich hoffe, das bringt meine Aufnahme nicht durcheinander. Ich glaube aber nicht. So. Und. So. No problem there. Jetzt sind wir wieder schön hier. Und. Können wir in diesem Dungeon weitermachen. Ja. Irgendwie logisch. Bum, 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 ba, dam. Ich finde den Glitch echt cool. Äh. Es gibt noch ein paar andere coole Glitches in diesem Spiel, aber. Na, einer hat auch noch echt Stil, weil das weniger ein Glitch ist, als. Tja, keine Ahnung. Jemanden zu töten, den man eigentlich nicht töten sollte. Es geht um den Briefträger, den kann man nämlich tatsächlich dauerhaft umbringen. In diesem Spiel. Es ist nicht unbedingt gut. Das kann ich schon mal sagen. Äh. So. Ja, wir sind ja gleich wieder da. Und jetzt deswegen keinen Schnitt zu setzen, hoffentlich. Come on. Please. Thank you. So. Und hier rein. So, das sind auch noch, äh, Schatztruhen. Aha. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich, 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 liebe Glitches. Ich würde viel öfter Glitches machen. Ich kriege die nur, äh, relativ selten hin, ehrlich gesagt. So. Zup. Please. Sehr schön. Ähm. Wir waren da hinten. Also wollen wir mal da hinten. Was? Nein, da kamen wir nicht weiter. Sorry. Darum. Was rede ich da? Ich bin noch verwirrt vom Glitch. So. Da durch. Na ja, so kann man sich das Spiel natürlich sehr viel einfacher machen, aber nein, nicht mein Stil so zu cheaten. Trotzdem mag ich Glitches. Es gibt ja auch noch einen relativ heftigen Glitch mit dem Boomerang, mit dem man weiter springen kann, als normal. Und mit weiter meine ich ziemlich weit. Mal schauen, ob ich den auch hinkriege. Bisher habe ich den echt schon probiert, aber noch nicht hinbekommen. Na ja, was soll's? So, wir haben auch schon, right? Ja, wir haben alle Items, die man in diesem Dungeon brauchen könnte. Das heißt, wir müssen eigentlich nur noch rüber. Und Schlüssel haben wir auch, aber will ich da überhaupt schon hin? Da hinten ist auch noch eine Tür. Komme ich da rein? Nope. Keine Ahnung, wie man da reinkommt. Muss ich mal später noch probieren, aber da drin ist ja eigentlich auch, glaube ich, gar nichts wirkliches. Oder? Doch, könnte sein. Egal, wir gehen erstmal weiter. Ist ja ein richtiger Dungeon. Oh. Irgendwas vibriert mit dem Controller. Okay. Ah ja. Okay. Dachte ich gerade. So. Was bist du denn? Achso, das ist eine Wache. Oder was? Kann ich dich nicht lauschen? Offenbar nicht. Okay. Sind wir hier in der Twilight Zone? Oh, nö. Eigentlich nicht. Wow. Hilfe. Dammit. Ah. Aber gut, dass wir nicht von ganz vorn anfangen. Ich bin hier überhaupt. Äh. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich tun möchte. Dammit. So auf jeden Fall nicht. So kommen wir nicht da. Ich bin hier. Okay. Dear Brain, das war's not very good. Aber es scheint, dass können wir uns auch wieder in Menschen verwandeln erstmal. Können wir denn weiterspringen? Eigentlich nicht, oder? Hop, hop, hop. Uah. Hier. Ach. Achso. Ein paar davon sind druckempfindlich, aber nicht die, wo die Typen draufstehen. Da hinten ist nochmal einer. Da kommen wir auch durch. Ah, er zeigt uns den richtigen Weg. Achso. Ich dachte, das wäre hier eine Action-Passage. Not so much. Das ist gut, dass man zieht den anderen dann immer ganz kurz. Egal, so kommen wir auch durch. Bam, bam, bam. So. So. Nein, nicht runterfliegen, bitte. Link. Wolf. Stopp. So. Äh. So. Kommen wir da durch. Oh. Enemies. Enemies ahead. Au. Na komm. Verwandle dich. Brauchen wir hier nicht komplizierter zu machen, als die eigentlich sind. Bam. Come on. Äh. Das sind immer noch zu wenig. Ah, wir kommen durch. Ah, okay. Da brauche ich dann wohl mit Nashilfe. Right? Right? Habe ich gesagt. Äh. Offenbar nicht. Okay. Ah, stimmt. Hier hing ich glaube ich damals auch. Noch eine Weile. Ah, nicht hier irgendwo was. Da hinten. Was ist das hier? Nichts. Okay. Vergiss, was ich gesagt habe. Äh. Interesting. Wie kommen wir hier weiter? Gibt es hier irgendwas, was wir tun können? Eigentlich nicht. Nichts. Kein. Gar nichts. Einfach gar nichts. Wow. Ich bin heute sehr, sehr wortkarig. Cool. Ist das ja gut. Bei der ersten Aufnahme heute. Ne. Ah. Okay. Das hatte ich nicht mehr im Kopf. Dass das so ging. Hab. Da hänge ich glaube ich jetzt mal auch dran. Weil woher soll man wissen, dass man da den Enterhaken benutzen darf. Kann. Wie auch immer. So. Wieder ein paar Gegner. Nothing too serious. So. Ist das auch bei der Torch? No problem there. Oh. Okay. Hier brauchen wir dann wohl G-Dinger. So. Drüber. 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 Hopp. Very nice. Very nice. Oh yeah. Nochmal ein Eisenprinz. Tja. Game. Tja. Game. Damit kannst du mich nicht mehr beeindrucken. Nja. Harder Tag heute. Nja. Eigentlich ja nicht. Fahr an die Hochschule und merke das. Na egal. Ja. Come on. Einmal ein bisschen zustechen. No problem there. No problem. Come on. Der ist wirklich nicht echt schwer, wenn man das mal raus hat. Und du wirst das Ding gleich. Sorry. Das ist mir völlig egal, was du da tust. Und damit. Mit ein bisschen schütteln kriegt man den sehr leicht kaputt. Yay. Mein Herzen. Wuhu. Oh Gott. Äh. Ein Schlüssel? Okay. Gibt es hier noch mehr, als ich in Erinnerung hatte? Offenbar. Offenbar. Das heißt dann wohl, dass ich hier speichern sollte. Und, ähm. Wir uns nachher noch anschauen sollten, wie man in die anderen Räume kommt oder so. Keine Ahnung. Ah. Sollte ich wohl tun, ja. Ich speichere mal. Weil, wie gesagt. Nach dem Ende eines Zelda-Spiels wird man immer zurückgesetzt zum letzten Speicherpunkt. Deswegen. Ist es doof. Hm. Aber ich denke mal, wir können schon mal zu Garnon gehen. Das ist darum, kümmern wir uns dann nachher. Okay. Okay. Okay.